Ich darf die Herren ganz kurz unterbrechen. Wir haben jetzt fünf Minuten vor der Show, vor Showbeginn. Die Leute sitzen drinnen. Irgendwelche Vorbereitungen? Also erstens mal, mir fallen ungefähr 50 Orte ein, wo ich jetzt gerade lieber wäre. In Disney World, wo wir im Februar waren. In Gatorland in Florida. Von mir aus sogar an dieser Pride Parade hier, nee, da lieber nicht, aber okay. Und ich weiß nicht, normalerweise willst du doch technisch hochstehende Matches in deinen Masturbationsvorstellungen. Und dann bringst du hier Frankensteins Monster. Ich kann es gar nicht fassen, verdammt. Dann bringst du hier Sasquatch hin. Hier Paul Bunyan, Bigfoot. Das ist unglaublich. Der Jetsi war nicht verfügbar. Ja, den hättest du auch noch holen können, Jetsi. Macht dir keine Sorgen. Auf der Matte, wenn sie liegen, sind sie alle gleich groß. Ich mach das schon. Ich bin der Champion. Und Sigi, alles cool. Ja, ich geh wieder rein und das schon. Kovac, bitte ins Gear. Sigi, in dein Managerkostüm. Und dann geht's los. Winston wartet auf euch. Also, ich hab gehört ein Bier. Nicht ein Bier, also Gear. Aber ich hör immer mehr ein Bier. Okay? Okay. Ja, okay.